Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre ich's meinem Kind? Warum die AfD in Essen ihren Parteitag abhalten darf. Von Friedhoff Küchemann. Es ist kompliziert. Die AfD ist eine Partei, die einfache Lösungen für schwierige Probleme anbietet und damit erreicht, dass viele Leute sie wählen. Viele dieser Lösungen funktionieren so. Die Menschen in unserem Land werden in zwei Gruppen geteilt. Und wenn es ein Problem gibt, ist die eine Gruppe schuld. Also die andere Gruppe, die Gruppe, zu der die Leute, die bei der AfD mitmachen, nicht gehören. Und die, die sie wählen und wählen sollen, natürlich auch nicht. Die Leute, die schuld sind, werden dann ausgegrenzt. Ihre Freiheiten sollen beschnitten werden. Sie sollen weniger Unterstützung vom Staat bekommen als Leute aus der anderen Gruppe, auch wenn sie die gleichen Schwierigkeiten haben. Oder sie sollen gleich ganz das Land verlassen. Im Januar ist herausgekommen, dass eine Gruppe von Leuten sich getroffen und darüber gesprochen hat, Menschen und die Kinder von Menschen, die sich einmal nach Deutschland geflüchtet haben, wieder zurückzuschicken. In das Land, aus dem sie gekommen sind. Dabei sind die meisten ja nicht aus Jux und Dollerei geflüchtet, sondern weil es so schrecklich war in diesem Land, dass sie lieber ihr Leben riskiert haben und geflüchtet sind, statt zu bleiben. Als das mit dem Treffen rauskam, sind in vielen Städten des Landes ganz viele Menschen, Hunderttausende, auf die Straße gegangen und haben gegen die schreckliche Idee protestiert, Leute aus dem Land zu jagen. Bei dem Treffen waren auch Parteimitglieder der AfD. Aber die AfD bekommt trotzdem bei Wahlen viele Stimmen. Vor ungefähr 80, 90 Jahren, von 1933 bis 1945, waren in Deutschland Leute an der Macht, die die Menschen im Land auch in zwei Gruppen eingeteilt haben. Sie haben die Leute, die ihrer Meinung nach schuld waren an allen Problemen, nicht nur ausgegrenzt und weggeschickt, sondern verfolgt und eingesperrt und umgebracht. Millionen Menschen. Die meisten von ihnen waren Juden. Was denen gehörte, haben sie einfach untereinander aufgeteilt. Und sie haben einen schrecklichen Krieg angefangen, mit weiteren Millionen Toten. Den Zweiten Weltkrieg. Diese Leute haben sich Nationalsozialisten genannt. Ihr Anführer hieß Adolf Hitler. Damals haben die Nationalsozialisten unvorstellbare Verbrechen und Gräueltaten begangen, ohne dass sie jemand stoppen konnte. Es ist sehr wichtig, das nicht zu vergessen und zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Es gibt eigene Gesetze, einzig und allein, um zu verbieten, dass Leute Sprüche oder Flaggen oder Uniformen oder Zeichen von den Nationalsozialisten heute noch gebrauchen. Gemeint ist, so gebrauchen, als fänden sie ganz gut, was für Ideen die damals hatten und was sie gemacht haben. Solche Leute nennt man Neonazis. Neo bedeutet dabei Neu und Nazis ist die Abkürzung für Nationalsozialisten. Und Leute, die finden, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind und dass die meisten Leute aus anderen Ländern nicht in Deutschland leben dürfen, nennt man Rechtsextrem. Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass die AfD eine Neonazi-Partei ist. Dann würde sie ja verboten. Aber sie steht offiziell im Verdacht, rechtsextremistisch zu sein. Die AfD ist eine Partei, die viele Leute wählen. Und sie hat natürlich auch, wie alle Parteien, Mitglieder. Die treffen sich regelmäßig, um darüber abzustimmen, welche ihrer Ideen sie besonders wichtig finden, wer von ihnen Parteichef sein soll und wer Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl. Also ein politisches Amt wie Ministerpräsident in einem Bundesland bekommen würde, wenn nur genügend Menschen dort bei der kommenden Landtagswahl die AfD wählten. Ein solches Treffen heißt Parteitag, auch wenn es länger als einen Tag dauert. Am Wochenende hält die AfD ihren Parteitag in Essen, in der Gruger-Halle. Dabei wollen nicht nur viele Leute in Essen das nicht, sondern auch Politiker der Stadt wollten das verhindern. Sie haben von der AfD verlangt, bis zu einem bestimmten Tag zu versprechen, dass bei diesem Parteitag keine Sprüche und Zeichen gesagt oder gezeigt werden, die an die Nationalsozialisten erinnern. Eigentlich ist das selbstverständlich. Wer das macht, verstößt ja gegen die Gesetze. Aber es gibt sogar einen Spitzenkandidaten bei der AfD, der dabei schon erwischt und verurteilt worden ist. Die Partei hat dieses Versprechen nicht geben wollen. Deshalb hat die Gesellschaft, der die Gruger-Halle gehört und die ihrerseits zu Teilen der Stadt Essen gehört, den Mietvertrag für den Parteitag gekündigt. Das hat sich die AfD nicht gefallen lassen. Sie ist vor Gericht gezogen und das Gericht hat gesagt, aus diesem Grund darf der Mietvertrag nicht gekündigt werden. Schließlich kann man von der AfD nicht verlangen, eigens noch einmal zu versprechen, dass sich alle an die Gesetze halten. Gesetze sind ja dazu da, gehalten zu werden. Und das wissen auch die Anhänger der AfD. Viele Gruppen, die damals im Winter schon protestiert haben, als das mit dem Zurückschicken rausgekommen ist, wollen auch jetzt in Essen gegen die AfD und ihre Ideen demonstrieren. Das ist gut und in Ordnung so. Alle Menschen in Deutschland haben das Recht und die Freiheit, ihre Meinung zu sagen und sich dafür zu versammeln. Nur gilt das eben nicht nur für die Leute, die wissen, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben, sondern sogar für die, die am liebsten die Rechte anderer Leute einschränken würden.